Willkommen zurück zu Skylanders, immer noch mit meinem Heiji an der Stelle. Wir machen mal hier weiter. Wir müssten jetzt den Typen wie der Franken hoch zu gehen. Komm mit. Ja, ich bin bereit. Hallo. Ich bin bereit. Wir sind bereit. Auf geht's da oben wieder. Ich hab doch Höhenangst. Ja, Heiji. Wirst du schon schaffen. Oh, ne. Der Böse. Puh. Was glaubst du, woran ich rede? Oh, wie ich sie hasche. Ich stelle ich den ganzen Tag herum. Sieht so unschuldig aus. Sau, der Sonne nicht auf. Planen und intrigieren und warten nur darauf, sich in meine Fläde einzumischen. Aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Ruf, meine Holzfäller-Trolle. Was? Um ein paar Bäume zu fällen? Nicht ein paar Bäume, du Idiot. Fällen sie, fällen sie alle! Ich will diesen Eichel! Herr der Ringe. Er hat seine Holzfäller-Trolle wiederholen. Dann nehme ich am liebsten den Baum. Das würde am besten bestimmen. Nein. Wir fallen jetzt in den großen Wald da oben. Aufsehen, wir haben die viel zu große Dings. Segen. Fall in der Wald, Kapitel 11. Aha. Verhindern wir das mal. In dieser Zone sind Skylander der Sprecher-Lopen-Planet. Wer? Maschinen-Skyland. Trigger-Happy wäre das, dieser kleine Verrückte. Wo ist der? Ja, da. Willst du den nehmen? Na klar. Dann nimmst du den mal, Trigger-Happy. Ja, ich bin happy. Was kann ich denn jetzt überhaupt? Kann ich noch irgendwas lustiges? Was ist das? So ein Würfel, der kann es auf Gegner werfen, wenn man schaden. Oh, ich habe doch den schönen Würfel gewirft. Yeah. Irgendwie zerstört. Ja. Das heißt, wir gehen weiter. Wir müssen jetzt auf den Rauch klettern und dann rüber. Okay. Kein Ding. Lauf. Einfach durch hier. Hier hoch. Durchraschen. Nee, warte. Ja, nein, 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 nein. Was denn? Ich wollte doch die Schätzchen. Ah. Überall Geschenke für euch, Loser. Das sind keine Geräte. Doch, das sind Geschenke. Geht weg. So, Moment. Aufpassen. Oh, ich gehe da schon rein. Ich sage, aufpassen wie rein. Aha. Das ist ja wohl ein Secret. Ja, also ich bin da auch rein. Geht doch. Bitteschön. Danke. Stealth Elf. Das bin ich. Also jetzt gerade nicht, aber ich bin eigentlich im All. Waldgeneration für Stealth Elf. Neue Kraft. Ist das gut? Ja. Stealth Elf. Aber und Zylinder. Wir können dann da. Bäm, bäm, bäm. Und dann macht er so bäm. Und dann da so bäm. Und da kann er so hu hu verarscht machen. Und er kann schleichen und stehen und springen. Ganz viele tolle Dinge. Und jetzt wieder runter. Wie. Hi, ich will nicht wieder raufspringen, sonst komme ich immer mit. Entschuldigung. So. Sieh, was, wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Was ist denn hier rum? Äh, ja. Ich bin... Hier rein dann? Ja. Äh. Hi, ich will. Hallo. Na, 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 na. War jetzt hier? Erstmal da rein, ja. Twega happy. Oh, Twega happy. Nein. Ich muss doch auch mit hoch. Ah ja. So, wo gehen wir zuerst hoch? Ich würde mal sagen, gleich das erste. Ja, Schatz. Passt. Ich weiß, dass ich dein Schatz bin. Ja, hab doch auch gesagt. Nein, du meintest den Schatz. Nein, ich meinte dich. Echt jetzt? Ja. Hihi, hihi, hihi. Schatz, Butchi, boh. Ich bin Butchi, boh. Haha. Ha, ihr seid nicht sein Butchi, boh. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir mal hier lang. Das ist mir jetzt sehr bekannt. Dann gehen wir jetzt. Bum. Geschenke. Geschenke. Hier, schenke ich dir. Kann ich behalten. In your face. Einfach alles wegbrotzeln. Aber so was von in your face. Was ist das? Wollen wir da? Oh, mein. Hahaha. Genke. Und da kommt ihr, ne? Ah. Na, jaja. Hallo, da ist eine Eule. Ist dir was Gutes? So eine nette kleine Eule. Guck da, oh, hab ich schon. Hallo, Eule. Ich stehe nur über die Wand und macht das. Ich durfte im Aufstieg. Das heißt, erst mal ich verpasse ihn jetzt. Das war ich. Vielleicht von hier unten schon töten. Stufenaufstieg, dass du ein Level abbekommen hast. Ja, wenn ihr will ab. Wenn ihr will, bin ich ja. So. Heute gibt es dutzende Tapferer Skylender. Und in der Vergangenheit waren es hunderte mehr. Aber die mächtigsten aller Skylender waren die alten Elementarwesen. Diese Riesen trugen Kräfte von Licht und Schatten in sich. Niemand hat seit Jahrhunderten ein altes Elementarwesen gesehen. Aber es gibt Gerüchte, dass sie eines Tages zurückkehren werden. Findet gut. Gerüchte. Nehme ich mal mit. Warum kann ich das immer nicht machen? Ist das eine Verarschung? Beschütze dich, Asyl. Geht schon. Alles kaputt gemacht. Lebens? Ja, ist elf elf. Tschüssi, Trigger, Happy. Oh. Ich habe sogar seinen Namen gemerkt. Stech elf. Ich nenne ihn Zombie. Weil er einen Hut hat. Ja. Wegen dem Hut. Du bist ein böses, kleines Kacka. Ich bin gleich tot. Ich brauche was zu essen. Du warst an den Erd-Skylender, um dieses Tor zu öffnen. Na gut. Falscher. Der Baum? Da ist er. Achso. Erde. Also Basch. Ich mag den nicht. Ist er Stress oder was? Komm her. Ja. Die wollten nur Stress oder was? Ja, was müssen wir denn? Die wollen wirklich was. Also du. Ein Rätsel. Was? So. Das Teil muss alle so eine Teile hier berühren. Das heißt, ich kann ihn einmal so drehen. Das hat letztens, sowas hat letztens Zombie beim Livestream gespielt. Das ist sowas wie Murmeln drehen. So einen kleinen Holzkasten. Kennst du das? Ja. Hatte ich vorher gemacht. Man mag es kaum glauben. Man mag es kaum glauben. Ich hatte Spielzeug. Das ist heftig. Der ist voll süß. Ein bisschen. Wie viele Züge darfst du denn haben? Ist das egal? Ja. Aber wie komme ich an die in der Mitte? Da muss ich dieses... Ach, ich verstehe nicht. Das geht doch mal nochmal in diesen kommenden Kasten da rein. Ich weiß ja nicht, wo du rauskommst. Und ich muss niesen. Ah! Tschödiegank. Wehe, er schreibt Gesundheit. Ich mach's voll umständlich gerade alles. Da kann ich auch mitdrehen? Nein. Sicher? So. Geh nochmal durch. Geh nochmal durch. Ja. Ja. Ich muss das sofort drehen, oder? Meiner Meinung nach. Wenn das geht. Ich weiß ja nicht. Ja, ich muss anders machen. Ich muss da so reinfallen. So. Damit man da hinrollt. Sehr gut. 34 Züge. Wie kommen wir denn da hoch? Ah, mein Auge tut grad weh. Nicht gut. Ah, tut echt weh. Soll ich Koki drauf geben. Das brennt richtig hart. Na. Und irgendwas stoffmäßig. Nimm Horni. Horni kann das ab. Ah, nicht wieder runter. Ich muss mal mein Auge hören. Das war voll mit Tränen da. Ja, und dann war Horni da. Und hat geholfen. Ich glaube, niemand weiß, wer Horni ist, aber okay. Hast du, man weiß nicht, wer Horni ist? So was gibt's halt zutage noch. Yay! Ein neuer Hut! Ich krieg keinen neuen Hut. Das meine ich. Wenn ihr euch durch den Auftritt bekommen. Ach so, ich dachte, irgendwas Schreckliches ist grad passiert. Ich roll schon mal vor. Wie machst du das? Mit R2 gedrückt hat, kann der hier rollen. R2? Ja, aber nur er kann das. Ach so, ich kann dann wieder nur... Ja. Er hat zwei eigenen Fähigkeiten, ne? Kann einer auch Herzchen schießen? Noch nicht. Ach, das bist du. Warum? Ey. Na? Oha! Das ist fies. Wenn ich nicht peinlich wäre, würde ich's jetzt erzählen. Erzähl doch mal. Er hat sich grad sein Auge gewischt mit meinem Teddy. Ja? Und das ist ne Todsinnnis. Ist so. Weil den hab ich schon seit ich ein kleines Baby bin. Also schon drei Tage. Soll ich wieder runterkommen? Ach so, du bist oben. Ja. Ich bin schon oben. Da ist wieder so ne Brum-Brum-Maschine. Und da oben ist die Rakete. Die Rakete. Komm mit. Ja. Ah. Ich geh erstmal da lang. Ich geh erstmal da lang. Ich gehe jetzt. Ich geh selbst. Ich geh lieber zu ihm. Ich bin da dran.